Ich grüße dich, liebes Internet. Mensch, was haben wir doch letzte Nacht gezittert, wenn Valve für den 3.3. um 3 Uhr nachmittags ein Event ankündigt. Wer hätte da gedacht, dass es sich nicht um eine Ankündigung zu Half-Life 3 handelt. Nein, die gab es gestern leider nicht. Trotzdem hatte Valve auf der GDC in der gestrigen Nacht einiges zu verkünden, unter anderem die Source Engine 2, der Nachfolger der Source Engine, auf der ja Half-Life 2 und CS Source beruht, die wollen sie in Zukunft kostenlos an Entwickler geben. Damit wollen sie erreichen, dass die Entwickler einerseits ihre Produktivität erhöhen können und auf der anderen Seite auch Gamer noch mehr in den Entwicklungsprozess von Spielen mit einbezogen werden. Außerdem hat Valve den Steam Link vorgestellt. Das ist ein Gerät, das ihr euch zu Hause ins Wohnzimmer stellen könnt für 50 Dollar in Amerika. Damit könnt ihr Inhalte von Steam Machines oder PC, Mac und so weiter auf andere Geräte im Netzwerk streamen. Für 50 Dollar drauf gibt es dann noch einen Controller dazu und ihr habt es gerade schon gehört, ich habe den Begriff Steam Machine verwendet. Die Steam Machine hat auch einen Release Termin bekommen, nämlich für den November diesen Jahres. Das ganze Konzept der Steam Machines ist ja seitdem sie angekündigt worden sind Anfang letzten Jahres so ein bisschen nebulös. Im Grunde genommen ist es einfach nur ein Steam PC, den ihr euch ins Wohnzimmer stellen könnt, auf dem ihr Steam Titel spielen könnt. Preislich soll das Ganze bei ca. 350 bis 400 Dollar losgehen, also ungefähr in der Preisrange, in der auch die aktuellen Konsolen sich befinden. Und Valve hat aber versprochen, dass die Leistung der Steam Machine wesentlich besser sein soll als die der Current Gen Konsolen. Die Grenze nach oben ist preislich natürlich offen. Wir sind echt mal gespannt, was uns im November da so erwartet und vor allem sind wir sehr gespannt, ob es denn nicht eventuell ein besonderes Verkaufsargument geben könnte, um sich eine Steam Machine zuzulegen. Hat hier irgendjemand Half-Life 3 gesagt? Was sagt ihr denn dazu? Seid ihr enttäuscht, dass Half-Life 3 gestern nicht angekündigt wurde? Glaubt ihr, es wird im November angekündigt? Glaubt ihr, es kommt überhaupt? Und was haltet ihr denn von dem ganzen Konzept der Steam Machines? Lasst uns meine Kommentaren wissen.